So, da sind wir jetzt beim letzten Kapitel bei die Samurai und wir fangen gleich mal an mit der Mission Pflicht. Pflicht. Hast Samurai. Na Samurai. Ja Samurai hast Pflicht. Oh, ein Orochi. Oh ne, deine Lieblingsklassen. Ah, alles klar. Hat den da nicht mehr. Pflicht. Die Pflicht. Genau, die Pflicht. Alles klar. Na gut, dann sehen wir uns die Samurai mal an. Ich habe irgendwie so den Verdacht, dass es einen leichten Favoriten gibt jetzt bei den Samurai-Kämpfen. Wieso? Ja. Wie meinst du? Ja. Ich habe es mit dem Verdacht. Aha. Wenn du meinst. Ja, die Ladezeiten sind teilweise noch ein bisschen lang, meiner Meinung nach. Ja, das wirst du aber auch nicht ändern. Ja, ich glaube nicht. Oder vieles grafisch, wunderschön, das Spiel muss man sagen. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Ich muss ja ganz ehrlich behaupten, ich hätte doch, dass es einen grafischen Teil bei dem Story-Mod, weil es so krass gravierend groß ist jetzt nicht. Ach, Video. Wir Samurai haben unsere Heimat vor langer Zeit verloren. Für uns bedeutet dieses Wort nun etwas anderes. Wir fanden eine neue Heimat, aber wir müssen kämpfen, um sie zu behalten. Uh, du kriegst das Maul von die Wikinger. Aus meiner Zelle heraus würde ich niemanden bekämpfen können. Aber meine Freunde, meine Daimyo, fanden eine Gelegenheit und nahmen sie wahr. Aha. Okay. Ah, du hast das Video davor nicht gesehen, gell? Nein. Ja, gut da. Sie brennen die Stadt nieder. Wir gehen. Ich sagte, wir gehen. Also los. Das geht nicht. Und genau deshalb seid ihr hier gelandet. Mhm. Wir mussten schnell da durch. Feuer war die Lösung. Okay. Okay. Springen wir das Tor auf. Offen. Darum habe ich auf euch gehört, Orochi. Ich bin die verdammte Daimyo hier. Vielleicht haben wir was zum Zerstören. Wie konnte das passieren? Wir waren zahlenmäßig unterlegen. Feuer würde das ausgleichen. Okay. Er stahl. Oh, der kann da hoch. Na, wo ist er? Bin ich? Da bin ich. Wo ist er denn, wo du bist? Nein? Ja. Ja, ich bin gerade wegfallen. Was ist denn? Ah, die Berserker-Tussi. Na, wenigstens ist sie tot. Na, hast du jetzt dann? Oh, ich bin hochgangen. Kämpfunggirn gegen Männer. Äh. Schau mal. Ah, schau mal. So, war wieder weniger. Da haben wir was zum Zerstören. Okay. Ah, scheiß Walküre. Weg mit dir. Ja, hält dich nur fest. Äh, Emblem-Element. Da oben ist keiner. Passt. Dann nach unten. Jawohl. Ah, da haben wir ihn an. Ah, dann stell dich hier dann. Wenn fertig sind, gehen wir. Einverstanden. So. Haben wir ein paar vernichtet. Wo hier jetzt? Ich bin da unten. Achso. Ich renn hier oben rum. Auf die Dächer und schiesse die ganze Zeit die Leute ab. Weg mit dir. Es war Zeit, uns zu formieren. Oh, okay. Ja, passt. Dann müssen wir uns von hier. Von hier müssen wir uns. Von hier, ja. Von hier, alles klar. Das ist die frühzeitliche. Boah, fast und überzeigen wir ja. Ja, mei. Ah, schau mal. Ja, da ist sie ja. Ja, da ist sie ja. Ich schau noch, ob sie fassen sind. Ja, da oben. Zum Beispiel. Langt. Wieder wo? Also. Äh, okay. Äh, giftvolle Einsätze nach oben, okay. Da, da, da. Bist du da raus? Nicht die merkwürdigste Verteidigung, an der ich hier teilnahm. Okay. So. Haben wir wo Giftquellen. Und jetzt? Nein, 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 nein. Beschütze die Giftquelle. Ah, so. Oh, was? Ja, da kommt sie schon an. Na, schau. Schau mal, wo die hier lauft. Voll vorbei. Boah. Ah, da ist auch eine Durchklaffer. Ah, haben wir wieder Po. Jawohl. Ja. Na, wohn, wohn. So. Jawohl. Ja, da, mein. Die ganze Zeit schon. Wo sind sie unterwegs? Ja. Gehen wir nun schon. Was lustig ist, wenn die da in die rennen, sind die low, ist eigentlich One-Hit von denen. Ja. Na, wo bleibs? Ah, sie rennen genau durch meine Giftfalle durch. Na, passt dir gut. Oh, ne, weniger. Nur nur weniger. Nur nur weniger. So. Na, du Walküre. Oh, du hast es auch lang gemacht. Was denn? Giftwellen beschützen. Können wir schon vorstellen. So. Viel Spaß damit. Ja, dürft ihr reinlaufen. So, wieder warten. Na, wo bleibs denn? Ja, wir müssen warten, bis wir das große... Äh, das haben wir ja schon gehört. Na, schau mal, da unten ist auch eine Klappe, da oben ist auch eine Klappe. Bei mir dätten es durch zwei Räner. So. Oh, Kopf weg. Na, hast aber brav gehabt, bis dein Kollege gestorben ist. Na, geblockt. Oh. Weg. Langweilig. So, schon langsam wird es repetitiv. Oh, Gott sei Dank. Habe ich jetzt schon gedacht, wenn wir jetzt jedes Mal das Gleiche machen müssen, war das irgendwie echt übel. Feuer und Gift und Stahl. Es funktionierte, aber wir mussten sie noch verteilen. Das ist doch ein Sanky. Na dann, viel Spaß weg mit euch. Achso, den wollt ihr jetzt eigentlich nicht auslösen. Achso, der ist da fertig von uns. Da ist noch zu zerstören. Wo? Da oben. Ja, war ja klar, dass du da oben bist, Alter. Wo? Dass ich hier unten stehe? Na, da oben. Sieg dich? Ja, ich sieg dich. Oh, etwas Stahl. Ja, mittendrin ist das nur dabei, oder? Figs. Na, dann gehen wir her. Für das ist das, hey, die haben uns eingesperrt. Dann kämpfen sie da ab und mit dem Duhl-Retter. Ja. Ja. Hi. So, bis ich wenig Leben habe. Alles, was wir tun mussten, war die Tore zu schließen. Boah. Auf unseren Zeiten wäre ein Akkurs fast gewesen. Ja. Oh, schau, siehs da. Oh, nur verteidigen gegen die. Oh. Aua. Ich krieg's ganz schön aufs Maul. Geh ne. Ah, da haben wohl die Menschen, die die Wikinger ausgenutzt. Fisch. Dezent. Alle gegen die Menschen. Ritter. Von der schwarzen Felslegion. Wo ist Ayo? Ah ja, der letzte, gell. Was soll so dobleiben? Verdammt. Oh, jetzt gegen die Menschen, Anno, oder wie? Sie wussten nicht, wem sie so dienten. Ah, die letzten Frau. Was ging erinnern, wie er bislang am Anime? Kuppersinn. Wie lässt du seinen Platz ein? Niemals. Böger. Hm. Kann man ja nicht mehr wissen, dass die Menschen immer auf die Fristen kriegen. Hm. Nachdem ich den Rest von ihnen getötet habe, werde ich kommen, um dich zu töten. Wenn sie meint. Oh, jetzt müssen wir uns am Feind befreien wahrscheinlich. Ah ne, der Mei. Ja, ja, ja. 30 Stahl dazu kriegt's. Alter, EPs kriegst du ganz schön viel. Mhm. So, weiter. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ich ließ fünf Daimyo zurück, damit sie um die Kontrolle über ihr Volk kämpfen konnten. Wir würden schon sehen, wie stark ihre Einheit wirklich war. Ich gab Seijuro den Palast. Die anderen vier Überlebenden meiner Prüfung setzte ich im Sumpf aus. Die Daimyo Aiyu machte den ersten Zug. Okay. Dann spielen wir halt diese Quest. Die Herde ausdünnen. Hey. Ausdünnen, ausdünnen. Hey, hey, hey. Ja, die ist ein bisschen bitchig. Die hat jetzt... Oh. Kensei. Schwertheiliger. Die Beschützer unseres Volkes. Jeder große Herrscher seit dem Untergang wurde als Schwertheiliger ausgebildet. Jeder einzelne. Und wir waren eindrucksvoll. Unsere Rüstung ist die stärkste unseres Volkes. So wie unser Wille auch. Ja, derfen wir dem spielen. Ja, die hat jetzt... Die hat jetzt die ganzen Leute im Sumpf ausgesetzt und lässt sie jetzt rum kämpfen. Die ist ein bisschen bitch. Aber... Ja, aufwenden. Die... 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 dass du mich nicht gekehrt hast du brauchst du mich gerade wieder unter Dauersenden unterwegs. Ja, du siehst, wenn ihr ausgeführt bei dir in der Gruppe. Müsst jetzt neu starten. Ich will einladen. Weiß nicht. Na, jetzt kann ich den nicht einladen. Mission abbrechen. Du bist immer nur so scheiße laut. Ja, bestätigen. Habe ich schon. Jetzt bin ich leise. Ja, lass mich zur Wellkarte zurückkehren. Das wäre sehr nett. Gib mir die Spiegel alles auf den Arsch. So, jetzt wird wieder drei Stunden geladen. Jetzt ist alles außer. Ja, weiß ich ja. Was ist denn sonst da? Aufnahme beenden und starten. Nein, ist mir zu blöd. Wenn ich sie rausgeschnitten werde. Ja. GTA habe ich jetzt auch geladen. Echt? Geht's jetzt? Hau dir nur einen Druck da an. Geht's jetzt. So, dann laden wir nur mal rein. Ah, jetzt bist du. Ja. Hörst du mich auch? Ja, ich hör dich. Jetzt wird es laut. Also wenn du jetzt was sagst, hätte ich gar nicht. zu laut zu laut zu laut jetzt höre ich die fast nicht wie du hörst mich fast nicht ja jetzt werde ich okay war ich cool ich hoffe der startet die videos erkennt ich war die letzte da im juli in mühre freigelassen wurde okay blöde 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 ja Ja, eigentlich schon. Hätt ich gleich gemacht. Hätt ich gleich gemacht. Ja, dann geh mit Romy und fangen wir mit ihm hier, oder? Okay. Da ist er. Kleiner ist erster. Da. Fett. Lass ihn nur nicht in Rainrage gehen. Sie hat so einen der bästesten Finisher in meine Augen. Ja, einer der bästesten. Oh, da auf, der Baby. Ja, Bissi. Was, du bist jetzt schon eben... Baut er ab, bis das weg ist. Der Kaiser hatte Recht, was euch betrifft. Alter, wie oft wir es den Scheiß nur haben. Unsere Ahnen beobachten uns, Aju. Besser Finisher. Da oben war Christen. Also, was zu zerstören. Ja, Stahl. Mal, Stahl. So. Dann haben wir ja nur noch zwei. Hooray. Hooray. It's a happy, happy day. Der Schwert ist so geil lang. Ich werde euch finden. Oder was sagst du dazu? Wieso? Die Range ist nicht unbedingt schlecht. Na, dann machen wir den, der was. Nein, der 18 noch weg ist. Na, wer ist halt's denn hier? Weg mit dir. Oh, Bogenschützen. Ich kriege ein Stück riesig. Ja. Kisan war gierig. Er würde dem Volk mehr abnehmen, als es geben konnte. Oh, das ist ein Fettin. Ja, super. Oh, das ist ein Fettin. Oh, das ist ein Fettin. Hinter dir. Oh, wie du, das ist was mir gefällt. Och. Oh. Bin tot. Scheiße. Vielleicht. Ah. Den verstiegeln. Jupp, aber jetzt bin ich nicht Solo zuvier. Ah super. Ja,jeine. Die Pfeile sind nervig. Die Pfeile hätten wir vielleicht davor entfernen sollen. Ja, wieso? Ich hab's auch geschafft. Ach, ich hab nur... Ich hab zwei Ritter weggemacht nebenbei. Ja, ich hab sechs Pfeile dafür jetzt gerade in die Fresse gekriegt von da hinten. Ist die erste wenigstens weg? Ja. Na, schau, da sind wir wieder. Da haben wir die Kiste noch nicht durch. Doch, haben wir. Jetzt haben wir's, ja? Achso, haben wir jetzt nichts gekriegt, oder was? Nee. Na, hab ich gar nicht aufpasst. Alter, dafür sind die wieder da. Weg mit dir. Aus sie. Ich hab' wieder echt einen Übersägen. Ja, der war hinter dir. Dumm, 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 dumm. So, ihr zwei wieder. Weg. Bööp. Scheiß Pfeile. Weg mit dir. Er würde dem Volk mehr abnehmen, als es geben konnte. Hört auf! Ergibt euch! Dient mir! Weg mit dir. Danke. Wie bist du da aufgekommen? Durch. Wie bist du da aufgekommen? Aus Rom. Da hat ein Schoßhund mehr Biss als du. Achso, schmeißt du's jetzt oben, oder was? Ich hab's gerade noch rückgeschmissen. Ja, und die stehen hier unten. Ich schau gerade, ob da noch mehr sind. Ach, schaut gut aus. Oder schaut nicht so aus. Okay. Ja, aber da hast du die Kisten übersenken. Wo? Ja, oben, oder was? Ja, oben. Ja, ganz hinten. Hau mir komplett durch. Ihr wollt, was ich habe, ja? Da, oder wie? Ja. Ja, ganz hinten. Na, geradeaus tue ich ganz hinten. Da, an der Wand. Ihr versteckt euren Reichtum, damit ihr ihn nicht teilen müsst. Da, 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 da. Ah! Boop, die Boop. Ah, super. Genau im falschen Moment. Das kann eng werden. Erstmal den da. Alter, fett die. Iliq. Ich lasse euch unser Volk nicht ausquetschen, Kizan. So, dann Hintritt zur Letzten. Alles klar. Okay, mit dir ist halt hier auf einmal her. Ups, tschau. Na, du. So. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Die Liebenden Ding. so zur letzten oder der letzte er musste nie um etwas kämpfen er hat nie mitgefühl gelernt jetzt läuft er weg oder was ja er ist ja fein super faust da die weg Na, du 5er-Type, geh mal weg da. Du nervst nur von hinten. Du nervst nur von hinten. Du nervst nur von hinten. Ja, ich hab's gesehen. Weg. Ah, da steht er. Okay, war also der Letzte. Oh, gar nicht. Na, schaut ja schlecht aus. Hey, jetzt kennst du sie mehr. Ich will doch nur, dass wir uns gegenseitig zerfleischen. Wie sie auch reagieren immer. Voll witzig. Nicht mit mir. Wir werden in ein neues Zeitalter gedrängt. Ah, mal fertig. Sprachgewand. Sprachgewand. Ja, gewaltig. Apollion würde bereuen, mich verschont zu haben. Ja, der Fette war jetzt cool. Voll Sprachgewand. Äh, Wikinger. Ja, ich fand das geil so. Äh. 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 Okay. Yay. Story Level 16. Yay. Weiter. Du 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 du. Du 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 du. Ich hatte damit gerechnet, dass der Bürgerkrieg der Samurai Jahre andauern würde. Nicht Tage. Nichts kann Gegner verbünden wie ein gemeinsamer Feind. Die Wikinger hatten nicht die Zeit, Mühre mit ihrer Beute zu verlassen. Diese Orochi, Ayu und ihre neuen Verbündeten machten sich auf den Weg, sie aufzuhalten. Okay, also in der nächsten Folge werden wir die Wikinger, die was in der zweiten Staffel erfolgreich die Stadt erhobert haben, aufhalten. Okay. Also, bis denen dann. Ciao, ciao. Peace out.